So Leute da sind wir beim nächsten Booster Opening und wir gucken uns an Commander Legends 20 Karten Draft Booster. Warum 20 Karten? Weil das damals okay war, weil man damit ja ein Commander Deck bauen wollte. Ich glaube ein 50 Karten Commander Deck oder ein 40 Karten Commander Deck. Man braucht auf jeden Fall einen Commander Deck. Und ja, wir starten stark mit Preordain oder Preordiane. Ein blaues Mana, Scry 2 und dann so wie eine Karte. Also Scry, wir können entweder Open Mode oder drunter legen. Die obersten zwei Karten sehr stark. Soul's Might. Fünf Mana, Sorcery. Wir legen x-1 Marken auf eine Kreatur. Bei x die Stärke dieser Kreatur ist nicht schlecht für den Voltron Commander. Crow of Dark Tidings. 3x2-1 Fliegen, wenn sie in Spielfeld kommt oder stirbt, mildt man zwei Karten. Run Maging Goblin. Das ist ein Reprint, glaube ich. 3x1-1 tappen, wir werfen eine Karte ab, ziehen eine Karte. Derange Assistant. Auch das ist ein Reprint. 2x1-1 tappen, wir milden eine Karte und kriegen dann ein farbloses Mann. Rot, weil ich hier gerade noch unten war. Oh mein Gott, Blacky, was ist heute los? Core Cartograph. 4x2-2, wenn ihr in Spielfeld kommt, durchsuchen wir ein Deck nach eine Ebene und bringen sie getappt ins Spiel. Da mischen wir unser Deck. 5x5-4 Trampel ist der Silverback Shaman. Das Artwork ist der Hammer. Wenn er stirbt, ziehen wir eine Karte. Sears Lantern. 3x2-1 tappen für ein farbloses. 2x2-1 tappen Scry. Wir können die über Scry angucken und sie oben wieder oben oder auf unter das Deck legen. Sehr, sehr cool. Phyrexian Rager. So. 3x2-2, wenn in Spielfeld kommt, ziehen wir eine Karte im Verlieren Leben. Ein richtig cooles Artwork. hier mit dem Horror. Hier noch nicht als Phyrexian gefleckt. Tatsächlich. Das war noch vor diesem Change. Fiery Cannonade. 3-Mana-Instant. Wir fügen zwei Schaden an jeder Nicht-Piraten-Kreatur zu. Ja, Nicht-Piraten. Sky-Hala-Shot. 3-Mana-Instant. Wir zerstören eine Kreatur mit Stärke 3 oder mehr. Und Scry-1. Ach, weil hier so ein Wail ist. Sky-Wailers-Shot. Ach Gott. Commands 4. Tappen für ein farbloses Mana, bzw. Tappen für ein Mana, wer Farbidentität eures Commanders, also beliebiges Mana und Opfer an Szenekale. Ja, ist mittlerweile auch so oft gereprint worden, ist auch nichts mehr wert. Trust die Backpack-Biest. Das Artwork. Das ist arme Tier. Ach Mann. 3-Mana-2-3, wenn es Spielbekommen bringt, bringt mir ein Atefakt aus dem Widerfussig auf die Hand. Armes Tier. First Response. 4-Mana-Enchantment. Zu Beginn des Versorgungsmands verliert man, wenn man im letzten Zug Leben verloren hat. Seit dem letzten Zug kriegt man 1-1-Soldier. Ja. Noxious Dragon. 6-Mana. 4-4 fliegen. Wenn er stirbt, zerstört man eine Kreatur mit Mana-Kosten 3 oder weniger. Das ist nicht ankam-mötig. Sifter Worm. 7-Mana-7-7-Trampe. Wenn er ins Spiel bekommt, Skry 3, dann zeige ich wieder, ob es gerade unsere Stacks vor hat. Wir kriegen Lebenspunkte in Höhe der umgebliebenen Mana-Kosten. Immerhin das. Und oh mein Gott. Apex Devastator. 10-Mana. 10-10. Kaskade. 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 Und ja, das steht genauso da drauf. Bei Kaskade ist, wenn dieser Spell am Stack ist, decken wir von oben unserem Deck auf, bis wir den Spell haben, der hier in dem Fall 9 oder weniger kostet. Und können den casten. Krass. Und Radiant Sarah Archangel. 7-Mana-6-4 fliegen. Und man kann eine andere getappte und ungetappte Kreatur tappen mit fliegen. Und ihr kriegt Shots von der Farbe unserer Wahl mit Partner. Sehr cool. Und hier haben wir sogar einen Piraten. Oh mein Gott. Zawna 1-1. Wenn er angreift, kann er plus 1-1 kriegen. Für jedes Mal, wie ihr einen Commander aus der Commander Zone gecastet habt, dieses Game. Das heißt, der wird immer stärker am Laufe der Zeit. Dann haben wir Champion of the Flame. 2-1-1 Trampeln. Und er kriegt plus 2, plus 2 für jede Ausrüstung oder Verzauberung. Uh. Stark. In voll. Und ein Spirit. Ja. Soviel zu Commander Legends. 1 muss man ja mittlerweile sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Dankeschön. Ciao, ciao.